Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Counter-Strike Global Offensive Heute spiel ich mal normal, ihr wisst ja was letzte Folge macht Wie scheiße ich da Hey, was? Was ist wie? Fängt schon mal richtig gut an Ich geb dir sechs Schüsse oder so in den Rücken rein Dann noch zwei mit meiner Pistole und trotzdem verreckt er mich Frisst meine Rauchgranate, ihr Wichser Diesmal werde ich einiges ändern Zum Beispiel eine Granate Dann noch Brandgranate Und dann ein Nicht-Headshot kassieren Ihr dummen Schwarteln Was war das wie eine Scheißaktion von dir? Ja, ja, ja So, jetzt kann ich loskennen Ich bin bereit Pa, 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 pa So geil, wie er das umdreht Pa, 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 erst mal mit sechs Leuten zu a lang Reingestürmt und Ah, 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 ah Hinterher Hinterher Wir waren acht Wir waren acht Leute oder sowas Der kann einfach vorbeirennen, mich messern und dann noch leben Was ist denn? Ne, mittlerweile ist er tot Aber dritt denn Hoppla 0,1,1 Ja, wir haben jetzt schon ein AK Wir, K.O. ne Gottnis Abstimmung starten Spülerauswerden K.O. ne Gottnis Ja Drückt, nein, drückt, nein, komm Der kann drinnen bleiben Ich meine, in der ersten Runde AFK sein, das ist selbstverständlich Voll die Job Komm Ja 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 Arschloch Ja 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 Jo Ich stehe auch keiner rum Arschloch Auf keine ersten Runde Was ist denn das? Reingehen und ein bisschen hier leveln oder was? Arschloch Ja Ich bin alles Keiner mal geflasht ich sag dann kann man in Matchmaking die Gegner meine Granaten blocken äh meinen teammates meine Granaten blocken das ist mir absolut neu Pisser ey nicht so viel Schaden ich habe es ist gekommen das wird er an Schloch 233 ich bin immer noch angepupst Prozent wo ist da Staprkala schon tot bis hin hat wohl lassen oder wird es ist ein bisschen erlaubt anstatt die Worte zu wechseln ich weiß nicht mehr der glückliche Zeit wird wenn mein Messer bekommt aber ich hoffe nur weiß nicht zu schätzen und so sind nicht einfach verkaufen das ist nichts in den Zweck der Sache hier ein 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 das er nämlich doch dass sie genau gegen den es liegt gibt die Dings fliegt ganz am leicht hinterricks erschossen er war schossen sind a a ach die Prozent der Gegner recht Teams ausschalten dummer Wexer genauso läuft es erst mal stehen bleiben zielen und PAM headshot ey Mami 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 das ist so witzig früher waren da echt richtig geile Spieler dabei mittlerweile sind die meisten zum Planer stehen da laufen mitten in den gegnerischen Zielvisier und schauen einfach in die andere Richtung. Ich meine, wenn jemand einen A-Spot plantet, dann ist doch klar, dass man erstmal in Richtung T-Spot schaut. Ich meine, natürlich. Mit den Rücken zu den Gegnern. Das erwartet keiner. Da denken sie, ja, das ist ein Team. Ja, komm, komm her, hilf uns. Ach, meine Nase. Fühlt sich so komisch an, wenn ich... wenn nicht... wie sagt man, hochziehen, keine Ahnung. Sind da irgendwas hängen und so rumflattern. Ach, ekelhaft. Ach, ekelhaft. Komm, geh einfach drauf. Ich weiß, ob du irgendwas reißen willst. Schau, jetzt bist du tot. Wie du weh, das... Genau... Genau das ist das, was ich meinte. Ich hab's ja jetzt nicht zu den Englischen, aber ich hab's ja hochgeschaut. Hab' ich gesehen. Oh, der guckt mich hier. Das ist bestimmt einer von uns. Mach dir mal alle Platz, mich schützend zu uns. Der ist, was er gemerkt hat. Der schießt ja auf mich. Den muss ich obdringend. Boah. soll im ... ... ... ... ... ... Nein! Ich will kein Headshot. Nett. Ne. Target required. Halt die Frasse. Ich muss hier zocken. Boah, Schloch. Ist keiner mehr kurz? Komm, ich hole dir mit meiner Pistole. Ach, Schloch. Ach, Schloch. Du schläfst du es nicht? Ach. Du schläfst, du schläfst. ich bin so schlecht mit der Pistole immerhin kann die 1 und zwar mit dem Messer rumspielen nachher das macht Spaß ich kriege hier mal einen Halbsteifen von Stirb ich habe die Granate gefrisst und ich bin top war nicht so lecker wie es sich angehört angehört raschen raschen komm her schweiß schweiß das war glaube ich wollte dann her und er rafft das nicht bis ein Hellerkopf oh man hab mir zu viel rumgespielt ah das war gut Mann oh man das war geplant man glaubt es zwar nicht aber es ist so man glaubt es zwar nicht man glaubt es zwar nicht kommt da jemand ach 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 Mami jetzt h h h h h h h h h oh man ich müsste mal die Gegner unterstützen aber das das h h h h weil ich bin der erste Arlo ich hab schon drei Sterne das habe ich gar nicht mitbekommen 19 langsam komme ich in das Spiel wieder rein ich finde Bionet geil aber Bionet schaut nur gut aus ab minimal mehr alles darunter schaut nicht so geil aus meine Meinung weil er hat nur ne mittlerem Feld einfach nur wie so hingeklecks alles was drunter ist ich hatte mal Bionet Urban Hesse ne Urban wie halt wie ja wir schon mal sie meinen ich will auch einen ich will auch einen nicht wegrennen wo ist er hin wo ist er hin hä oh es liegt nur noch einer wo immer der ist ne hallo mein Schatz ich liebe dich du bist die Einzige nein ich wollte ihn besser nein 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 ... ... ... ... ... ja wo ein Granaten in der um die Eckenwurf oder eins war die falsche Euro 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 EPS-Port Joa Vollidioten Pass auf Fuck Wo bist du ... 3 smoke heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 7 HP die aaiiiieiea pfff Egal, ich bin immer noch erst da. Mit 15 Punkten. Genau das war es schon wieder. Genau das meint sie. Läuft ja immer mal hoch, schaut nicht nach rechts. Na, einer kann ja keiner sein. Da ist nur einer gerade vom Moment eben gestorben. Ja, ich liebe Big Hood. Ah, kurz. Merkt man das? Nein. Nein, das merkt man nicht. Danke du Wixler, wieder um die Ecke. Wurf hier des Jahrhunderts. Tode. Schauen wir mal, was jetzt warst. Ja, war nicht schon klappt. So, ich werde mal hier kurz aufgrund der Kunde. Hier könnte man das besser betrachten. Oh, ich sollte mal spielen. Tut mir leid, das war ich verdammt wichtig. Ja, das sage ich immer, ich weiß schon. Aber es ist seit nun mal so. Da kann ich ja auch nichts machen. Was aber akzeptiert von mir, ich werde jetzt nicht anliegen. Jetzt kommt der Profi. Das war zu früh. Nein. Ich weiß nicht, ich dachte, wir ran rein in den Tunnel. Ich konnte schon fertig schreiben. Wir alle akuts gehen. Das ist meine Position. Wir wollen mir nur alle Kills absblicken. Nur weil ich da meine meisten Kills gemacht habe. Die schauten Punktentechnisch aus, wenn man noch frucht sind. Keiner wird mich mehr eindrücken können. Hoppla. Oh Mann, so aahhhh. Nein. Nein. Wir sind zum Punkt. So, meine Freunde. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Ich schalte dann auch das Neck mal wieder ein, wenn es heißt, Let's Play, Counter-Strike, Global Offensive, Matchmaking, auf das 2, wahrscheinlich zumindest, das ist das beliebteste, mit mir im Frag-Line. Das war mal lang. Ciao, Leute.